Ich bin heute im Namen der Hospizstiftung bei Frau Hagelweis. Liebe Kiki, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Du bist nun seit mehr als 20 Jahren ehrenamtliche Hospizbegleiterin in Itzsteiner Land und hast in dieser Zeit viele Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet. Warum ist für dich unser stationäres Hospiz in Itzstein ein Herzenswunsch? Für mich ist ein stationäres Hospiz wichtig, weil es schwer kranke Menschen gibt, die durch Angehörige nicht gepflegt werden können oder gar keine haben. Im stationären Hospiz werden sie rund um die Uhr liebevoll gut und schmerzlindernd versorgt. Nähere Angehörige dürfen bei ihnen sogar nächtigen und auf diese Weise den letzten Weg gemeinsam mit ihnen gehen. Vielen Dank, liebe Kiki, für deine Unterstützung. Gerne. 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 Gerne.